Musik Ja hallo meine Cornflakes Frühstücker und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo mit neuen Cornflakes oder mit neuen Pillows. Ja ihr kennt ja wahrscheinlich alle diese Nougat Bits. Die gibt es jetzt auch als Lino Pillows. Ja Leute wie geil ist das denn? Ich habe ja schon mal die Lino Lada Creme für euch probiert. Die ist ja echt welten gut. Also schaut dazu gerne hier oben ins Testvideo, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Also die Lino Lada Creme, die ist sowas von genial. Hier habe ich jetzt auch mal bei Kaufland das Ganze in Lino Pillows entdeckt. Ja und zwar sind das Ganze hier Getreidekissen, also so Schoko Getreidekissen mit einer Milchcreme Füllung Leute. Ich werde sie jetzt mal so pur probieren. Ich habe sie hier auch schon mal in so eine kleine Schale mit Milch einweichen lassen. Ich lasse sie immer so ein paar Minuten einweichen, dass sie sich ein bisschen mit Milch vollsaugen. Das mache ich immer bei Cornflakes. So ganz hart und trocken esse ich sie nicht. So matschig weich mag ich sie aber auch nicht. Sie müssen gerade richtig sein. Ich probiere jetzt hier erstmal so ein paar. Ein paar Stück von. Also es sind wirklich nur so ganz kleine Kissen. Ja. Ihr seht das hier? So kleine. Und wir wollen mal gucken inwiefern da eine Milchcreme Füllung jetzt drin ist. Boah. Seht ihr wie diese Milchcreme Füllung da rausläuft? Nö. Ich auch nicht richtig. Sie ist geschmacklich da, aber man sieht sie nicht so, wie es auf dem Bild dargestellt ist. Boah. Das Außendrum, das schmeckt einfach nur wie Luft. Wie Luft mit ein bisschen Getreide. Das schmeckt jetzt gar nicht mal schokoladig. Hm. Boah. Wonach schmeckt das? Das erinnert mich an einen ganz komischen Geschmack. Irgendwie an sowas Luftiges, aber irgendwie hat das nicht viel Geschmack. Innen drin die Milchcreme. Die schmeckt man. Man sieht sie nicht, aber man schmeckt sie. So, ich zeige euch das Ganze jetzt auch mal, wie man es eigentlich isst. Und zwar mit Milch in der Großaufnahme. So, hier seht ihr sie mal in der Großaufnahme. Ein paar Lino-Pillows in Milch aufgeweicht. Sie sind jetzt nicht ganz aufgeweicht, aber auch nicht mehr ganz trocken. Sie sind gerade richtig so. Und mit Milch schmeckt ja eigentlich immer alles besser. Wie gesagt, zum Frühstück, zum Abendessen, wann auch immer ihr das Video gerade guckt, als Mitternachtssnack. Warum nicht? So. Ein bisschen, ich mag das ja mal, wenn sich das... Ich mag auch gerne Kekse in Milch trinken. Ja, das hat alles ein bisschen... Das ist immer ein bisschen cremiger. Ja, und jetzt schmeckt man die Milchcreme-Füllung doch etwas intensiver. Dadurch, dass auch außen drum dieses komische Luftige Getreide aufgeweicht ist, kommt man noch mehr intensiver an diese Milchcreme-Füllung ran. Hm. Es sieht jetzt ein bisschen aus wie Black and White, so ein bisschen wie Oreo. Und obwohl diese Lino-Pillows braun sind, das schmeckt nicht schokoladig. Also es schmeckt wirklich nach dieser Milchcreme. Ich mag Milchcreme. Es ist sehr süß. Aber außen drum diese komische Hülle. Ich weiß nicht, dieses braune Getreide außen drum. Das schmeckt irgendwie... Das schmeckt einfach nur pappig. Das passt nicht. Die Füllung innen drin, die ist so schön süß und lecker. Und außen drum dieser Crunch, der ist sowas von... Nee, also das muss man nicht haben. Ich weiß nicht, was das soll. Muss das sein? Das schmeckt wie trocken. Innen drin, die Füllung, die ist richtig lecker. Die ist wirklich gut. Aber das Gesamtbild stimmt nicht. Und an die Lino-Lada-Creme erinnert mich das auch nicht. Also diese Lino-Lada-Creme, die ich getestet habe, die hat wie Kinder Bueno als Creme geschmeckt. Das schmeckt, als würde man sich einen Kinderriegel oder Kinder Bueno so aus Brot streichen. Die war richtig gut. Das hat mit dieser Lino-Lada-Creme, mit dem Brotaufstrich nichts zu tun. Ihr müsst sie tatsächlich in Milch aufweichen lassen. Dann habt ihr wirklich eine leckere Milchcreme. Aber irgendwie stört trotzdem außen drum die Hülle. Ich weiß auch nicht. Ich würde denen fünf Punkte geben. Man kann es einmal machen, muss es aber nicht wieder ein zweites Mal.